Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Tag 79 Was ist heute das Datum? Der 27.12.2012 Und es ist mein Tag Nummer... 79? Ich glaube es ist 79. Und es ist mein Tag Nummer 79. Und habt ihr jemanden von euch ein Nötchen vielleicht? Ja. Geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt. Ich mach mal meine Häme. Ich kann schnell halten. Ach ja, Assistent Florian. Gras muss sein. Bist du nicht glücklich? Ja. Okay. Leere Hand, leere Hand. Aber wenn man sie so rollt, kannst du deine Hand so flach hören. Und kannst sie gegen dasieren, wenn man es so macht. Dann erscheint er mit 5 Liter. Du kannst so mit tausenden Nötchen. Nur so. Ist das echt? Ja. Sorry, ich hab dir zu viel zu sehen. Wenn du es hier drauf bist, haben wir das getroffen? Ja, das ist dein Nötchen. Mit diesen 5 Liter kannst du dir noch etwas kaufen. Danke euch fürs Mitmachen. Das war cool. Ich hab keine Ahnung, wie du das machst. Aber es ist geil. Ich bin sehr erstaunt. Da muss ich irgendeinen Trick dahinter ziehen. Aber irgendwie checken ihn nicht. Super Sache, muss man sagen. Es sieht schwierig aus. Das war's. Ja. Es ist cool, ich sehe ihn. Das war's. 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 Bei mir nicht. W fuel? Nicht Thermal glove der Gute. Dhabbar. D Wamm salesman. Masch Kry choices und mute zu den grypen. Vielen Dank.